meine lüte ich bin auch dumm oder also ich muss auf jeden fall diese kack scheiß kacke hier reinschneiden in das netze video mensch aber wir bleiben ganz ruhig lustig ja auch egal machen ruhe ist doch alles gut macht machen machen ruhe machen du hast halt alle weiter zahlt ja machen ruhe machen ruhe perfekt so so ist gut geht ganz brav beim papa und das ist schon sehr gut aber nein man verarscht mich auf gut dass ich nicht so aus kraft bin aber gut woher soll ich das aus aus oder einfach so was gibt aber gut machen ruhe ich kann das nicht ich habe so eine schlechte kack weiß auch nicht ist man kann kommen machen ruhe jetzt ich muss die bogen im kacke machen machen ruhe also einfach ich habe ich habe es geschafft ich war drin video beweilt ich war ja drin und dann hat mich noch so ein kack also jetzt und kann er jetzt reichen also das ist unfair oder das ist unfair das ist unfair ich darf nicht so aggressiv werden hier da bin ich auch zu werden ganz ruhe machen wir hier mein gott auch komme ich noch nicht ich will nicht hier respektieren kommen machen ruhe machen ruhe machen ruhe nach ich habe angst ich habe so angst davor sorry die wahrheit machen ruhe du hast das halt oh gott scheiße ich bin aber dumm oh mein gott alter ich bin aber auch irgendwie komisch machen machen ruhe machen ruhe mach doch kein kacke ach schade auch gut und nicht ja okay gut okay so war nicht einfach heute ja so ein menschen machen ja okay macht einfach jetzt macht doch mal bitte kommen ich mache jetzt schneller ja 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 ich habe geschafft meine frage ich habe ich habe es geschafft ich habe es geschafft ich habe es noch ich frage ich habe es echt selbst hier ist gemacht das muss so ein schwerer wege gewesen sein aber ich habe ich habe es geschafft und ihr habt es mir ja an der mir dabei zu lösen wie ich angefragt habe aber gut aber gut ja mal wieder damit so ich guck mal ich würde sagen den rest also ich mache halt jetzt ein zwangschnitt da machen wir nicht viel ich würde sagen ich war einfach ist noch so ja also und dann kann ich auch alle aufhören genau also ist der part weiß auch nicht was ich damit machen möchte mit den part guck mal aber das ist glaube ich auch eine gute das ist das ist eine schöne gute langmucke ach die ist gar die lip die mucke ist lit die muss ein valet a da gehört einfach ist meine gut von diesem geist auch schon einfach genau mache einfach das ganze muss sein sehr schön ja ich freue mich drauf alles klar wir dürfen also nicht diese dinge alles klar machen wir so das würde echt geil das anlocken weil ich halt die dinge nicht aktivieren darf oder auch irgendwie halt nicht also aktivieren darf aber es ist ja alter aber ich liebe sowas einfach ich habe einfach so trolle ich halt einfach nein achten muss doch das ist doch eine tolle ich will von dir kein keine hilfe aber gut ja typisch aber gut ich mache es noch ein bisschen weiter hier so ich kann ein bisschen länger noch machen und dann kann ich aufhören und dann mache ich ich weiß nicht was ich damit machen mit diesem video halt ich weiß nicht guck mal vielleicht mag ich ja auch ein cut zusammenschnitt insgesamt aber nicht aber ich glaube nicht ich glaube es sollte nicht da habe ich gedacht ich mache glaube ich weiß auch nicht ich mache vielleicht vielleicht war ja auch einfach zusammen vielleicht mache ich auch irgendwie noch videos zusammen keine aus habe ich noch videos mache aber gut das ist ja ist das ja auch ein geiler hier und das ist halt auch echt gemein aber gut ich bin jetzt einfach okay verkackt okay ich würde sagen wie lange wir spielen die versagen ja die spiel so lange will auch aufgrund haben jetzt aber auch auf weil wir verkackt haben wir verkackt deswegen höre ich auch einfach auf bis zum nächsten mal dankeschön für euremste gar nicht sagen ich muss noch andere spiel und dankeschön für euch dabei ein bisschen hier unterhalten zu erzählen zunächst mal für eure unterhaltung die ihr euch ja guter bis zum nächsten mal anschauen lieben alle